Jedes fucking mal. Wir sind jedes fucking mal auf das 2 gefühlt. Und er ist fucking AFK. Unser verkackter Suspekt ist AFK. Es ist eigentlich euer Ernst. Oh, er ist zurück. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von CSKA Overwatch. Zurück. Erleckt, eindeutig. Und was zum Henker. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen uns mal ein bisschen Vorspulen. Denn unser Dude grieft scheinbar. Er ist nicht da. Okay, also das ist ein sehr interessantes Overwatch. Also wenn euch dieses Overwatch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Unser Suspekt ist richtig am reinhacken hier. So, ne? Also, absolut. What the fuck? What the fuck? Einfach nur. Also hier, ne? Also... Was? Oh, schluck. Was, schluck. Ja, ne? Also ich würde sagen... Was? Ja, keine Ahnung. Es ist halt... Es ist halt Grushwing. Unabhängig davon, warum er jetzt raus ist. Keine Ahnung. Was? Wieso, was hast du dazu? Oh Gott. Schnellstes Overwatch. Hier. So. Daumen nach oben. Ne? Und da. Vielen Dank.